4, 4, 6, 7, 8, 9, hallo bei den Spielzeugtestern. Hallo. Heute zeigen wir euch die Überraschungseier von Violetta. Und jetzt machen wir die... Die haben wir bei My... äh, bei... warte. Die haben wir bei Toys R Us gekauft. Viele fragen immer. Genau, die kann man da oben aufmachen, den Karton. Und jetzt machen wir die. Und da sollen zwei Eier drin sein, mit Überraschung. Sind da zwei Eier drin? Yep, beide sind... Gut, dann geben wir schon mal eins. Du kannst das andere mal an die Kamera halten. So sehen die aus. Ja, aber die sehen ein bisschen anders aus, die Bilder, Hannah. Ja. Aber die haben die gleiche Lila. Und jetzt machen wir die Lila auf. Und jetzt gucken wir mal, wo wir das aufmachen können. Ist da kein Reißverschluss dran? Hast du einen Reißverschluss bei dir? Ich nicht. Das ist ja vielleicht doof. Aber hier hinten geht das vielleicht. Guck mal. Dann mache ich das zweit. Schaffst du das? Ja. Das wäre ja super. Aha, jetzt habe ich... Oh ja, du hast einen Reiß. Und jetzt nach unten hin wegreißen. Super, Hannah. Klasse. Ganz große Klasse. Uh. So, was haben wir da? Ah, wieder... Was wir in der Wundertüte schon mal hatten. So ein Spiel, wo man die kleine Murmel reinbekommen muss. Ja, und ich gucke, was gehen drin ist. Da ist, glaube ich, ein Keks drin. Ja. Dann haben wir einen Aufkleber. Hier die Mama. Love Music. Ein Keks. Soll ich den probieren? Ja. Ich habe das Ganze alleine aufgekriegt. Mhm. Hier ist noch eine Brache. Mhm. Das sind wohl die Sachen, die es in den Eiern gibt. Aber wir haben anscheinend zweimal... Drehen wir um. Das ist das Gleiche. Ja. Zweimal dieses gleiche Spiel. Dann ist eins dein und eins meines. Dankeschön. Aber wir haben wenigstens zwei verschiedene Aufkleber. Immerhin. Und wir haben zwei leckere Kekse. Den einen darf Papa essen. Ja, die schmecken eigentlich gar nicht. Mh, naja, die schmecken halt wie ein Keks, ne? Ein Keks ohne irgendwas, weil das ja keine Schokolade oder sowas dran. Ja. Ein bisschen langweilig, der Keks. Ja, das waren unsere violette Überraschungseier. Schade, dass wir zweimal das gleiche hatten. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn zweimal das gleiche aus einer Box kommt. Aber na gut, so haben Hannah und ich jeder eins. Stimmt's? Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Ich mache erst mal was hierzu. Ich mache das eigentlich wieder rein. Dann mache ich das Ganze rein. Also anscheinend gibt es noch Schlüsselanhänger. Das sind auch Schlüsselanhänger übrigens. Und auch noch so Radiergummis für Stifte zum draufstecken. Und irgendwelche 3D-Karten. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss! Jetzt mache ich das so ganz alleine. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute zeigen wir euch, wie wir die hier aufmachen. Und jetzt machen wir das auf. Meine Mama putzt mir mir ein Eis von unten. Jetzt machen wir das auf. Zack, das hat aber zur Mama die Bagelung für uns abgedeckt. Und zack, das ist komisch. Aber hier, Mama hat die Kekse rauskriegt. Und da da. So, was kommt? Nicht, dass das gleiche ist. Das haben wir noch nicht. Jetzt machen wir das andere ein. Das ist auch vielleicht das gleiche drin. Das ist Monster High. Monster High. Monster High. Das ist die Fehlste. Mein Frühjahr singt immer. Die Barsch. Battery. To ever. Was ist das? Ihr seid meine Besten Freunde. Nun seid ihr Besten. Freude, 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 Freude. Ola, Ola. Und jetzt? Bis zum nächsten Mal. Bei dem Spielzeugtestband. Tschüss. Oh, mir ist das runtergefallen. Gleich mal.